Hallo, ja da bin ich wieder und zwar voraussichtlich mit dem letzten Craft Update von Weihnachtskarten. Ich habe heuer wirklich einige gemacht, weil ich eben einfach auch vieles an Material mal verarbeitet haben wollte. Und ja, ich zeige euch mal wieder einen Einblick quasi auf alle Karten, die ich so gemacht habe. Das waren 3D-Motive vom Action. Letztes Jahr allerdings schon. Also ich habe wirklich viel Zeugs angesammelt, das einfach mal verarbeitet werden muss. Dann dieses. Also das sind jetzt alles solche 3D-Motive vom Action. Heuer habe ich mir 3D-Motive gar nicht besorgen lassen, weil ich mir gedacht habe, ich habe nur so viel. Ich habe immer nur, glaube ich, 3 oder 4 Blöcke. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Aber ich muss sagen, jetzt langsam ist mein Platz für die Weihnachtskarten ausgeschöpft. Deshalb sind es jetzt einfach mal vorerst die Letzten. Vielleicht fange ich dann heuer schon mal früher an mit Weihnachtskarten wieder. Also, dass ich einfach mal ein, zwei Monate pausiere und dann wieder klein anfange, weil ich einfach wirklich mein ganzes Material mal loswerden möchte. Und ich mache halt einfach am liebsten Karten, muss ich sagen. Bleib immer wieder bei den Karten hängen. Das macht mir am meisten Spaß. Und die sind immer auch am schnellsten verschenkt, finde ich. Alles zu Alben und so weiter. Und ja. Dann lief es. Also alles immer noch die 3D-Motive. Das ist ein kompletter Block. Was ich da also, ohne groß nachzudenken, einfach habe ich die 3D-Motive zusammengesetzt und dann habe ich mich hierher gesessen und Papiere gesucht, die passt haben. Und das alles so schön zusammengeklebt. Und wie es mir halt immer gefällt. Das finde ich auch ganz cool. Da mit Santa Claus. Und ich muss sagen, das macht auch mal wirklich Spaß, das ganze Zeug zu benutzen und nicht nur zu horten. Ich bin da wirklich, also, mein Zimmer ist wirklich immer noch chaotisch. Ihr wollt ja schon lange mal ein Room-Update machen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Da kommen dann sicher wieder so böse Meldungen. Weil es ist halt, das eine ist da, das eine dort. Ein Papiergröße ist da, die andere Papiergröße ist wieder woanders. Ja, es ist chaotisch sortiert, mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, wie das erklären soll. Irgendwann mache ich das aber ganz bestimmt, aber ich weiß jetzt noch nicht, wann. Ich habe auch das Video, muss ich sagen, das Room-Update hätte ich eigentlich schon mal gemacht, aber ich habe nicht daran gedacht, wie ich das Handy halte und habe es immer gedreht. Und natürlich war dann das Video unbrauchbar, weil ich einfach nicht daran gedacht habe, das nur in einer Version zu lassen. Also habe ich es gelöscht und mir gedacht, das mache ich immer noch ein anderes Mal. Da habe ich dann wieder solche Sticker vom Action benutzt. Diese Schüttelsticker. Diesmal Mickey Mouse und Minnie Mouse. Da hätte ich auch noch Princess und Kugeln von Cars, aber die habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Ich habe einfach irgendwie jetzt genug Weihnachten, von den Weihnachtskarten, muss ich sagen. Ich mag mal wieder was anderes machen. Die ist auch ganz süß geworden. Wäre auch so für Wintergeburtstag eigentlich was. Es ist nämlich die schon winterlich, von dem her. Ja, wenn ich da das vor Weihnachten wegmache, dann könnte ich es als Geburtstagskarte noch umändern. Dann dieses. Donald und Daisy. Ich weiß nicht, was da gerade für einen Schatten wirft. Das, was merke ich gerade. Dann haben wir noch mal Mini-Micky. Es sind wieder, es ist wieder ein ganzer Bogen weniger geworden. Und dann habe ich vom lieben Dieter mal so einen Block gehabt mit Forever Friends. Ich dachte, ich habe einen 3D-Blog auch, ich habe aber jetzt keinen gesehen und bin jetzt drauf gekommen, ich habe einen bestellt. Aber ich wollte jetzt eben einfach mal verbasteln. Also das sind jetzt alles Papiere aus einem normalen Papierblock und da habe ich die Pärchen immer ausgestanzt. Ähm, das eben mit allen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es Paperback hieß. Da habe ich ihn ausgeschnitten. Damit er eben noch einen anderen Hintergrund bekommen kann. Und dann dieser kleine Kerl. Also das sind jetzt ganz schlicht einfache eigentlich auch wieder. Der ist auch voll süß. Und dann habe ich noch diese. Mitunter mein Favorit von diesen Pärchen da. Und zu guter Letzt einfach noch dieses mit Frohe Weihnachten. Ja. Also wie gesagt, das war dann vorerst für euer die letzte Weihnachtskarte. Weil ich habe jetzt einfach etwas die Schnauze voll von den ganzen Weihnachtspasteleien. Jetzt fange ich wieder an mit anderen. Mit anderen Karten, was mir halt so durch den Kopf fließt. Ja. Äh, viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Video. Tschüssi!